Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich auf dem Keukostand anlässlich der ISH 2019. Ein ganz besonderes Produkt ist Xmo Solo. Das ist, kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten, eine Weltneuheit, an der wir mehrere Jahre entwickelt haben, sie zwischendurch schon mal wieder in die Schublade gelegt haben, weil wir gedacht haben, das ist nicht möglich, aber die Techniker von uns haben es möglich gemacht und ich bin sehr stolz, sie dieses Jahr in Frankfurt zu präsentieren und wir zeigen sie im Kontext des gesamten Xmo-Programms in der Xmo-World. In diesem Jahr stellen wir die Edition 90 vor. Das ist eine Verbindung von Armaturen, Accessoires, Waschtischen, Lichtspiegeln und Möbeln in einem Design. Das ist jetzt die fünfte Edition, die wir herausbringen und ich glaube, die dieses Jahr ist besonders gelungen. Royal Midas ist ein neues Produktprogramm, völlig neu, insofern als wir uns hier mit dem Thema Licht im Bad beschäftigen. Dadurch, dass man heutzutage dank der LEDs diese Lichter individuell steuern kann und die Lichtfarben verändern kann, war es uns wichtig, dass im Bad auch die anderen Leuchten sich dem anpassen. Und das ist der Sinn von NIDAS, dass wir hier Leuchten entwickelt haben, die mit dem Lichtspiegel und dem Spiegelschrank spricht. COIKO hat sich entschieden bei einem Projekt namens COMANGA mitzumachen. COMANGA hat sich zur Aufgabe gestellt in Afrika Brunnen zu bohren und den Menschen dort Zugang zu sauberem Wasser zu sichern. Und sauberes Wasser ist auch ein Thema von COIKO, wie auch Nachhaltigkeit unser Thema ist und letztlich auch gesellschaftliche Verantwortung. Und deshalb haben wir uns entschieden bei diesem Projekt mitzumachen und ja werden jetzt in den nächsten Monaten einige Brunnen bauen. Ja, damit habe ich Ihnen so einen kleinen Ausblick gegeben über das, was wir dieses Jahr auf der ISH zeigen werden. Wir werden auf unserer Internetseite über die ISH berichten. Seien Sie gespannt, gucken Sie rein, es lohnt sich. Bis dahin, Ihr Hartmut Dahlheim.